Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Und ja, mehr mit Ziele, es war noch in den schwarzen Bildschirm, aber es geht gleich weiter. Room 3 in Position. You're surrounded. Come out with your hands up and you will not be harmed. If they're looking for trouble, don't do me again. Okay, take care of them, Aiden. Danke! Also kann ich loslegen hier. Okay, warte mal, den kann ich hier... Den da kann ich... Den kann ich mir schnappen. So. Alles klar. Okay, die haben sich jetzt aber gegenseitig gekillt. Komisch, warte mal, kann ich den Sniper da oben... Jawohl, wenn ich den Sniper hier oben haben kann, dann kann ich nämlich alle schön wechnipen. Das ist natürlich super. Nein, damit. Nein, 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 nein! Nein! Okay. Spring einfach. Sehr schön. Okay, dann wird der jetzt auch erledigt. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wer will als nächstes sterben hier? Da, da haben wir auch noch. Warte mal, dann kann ich einfach hier... Kann ich einfach hier das Auto umhauen, oder was? Äh, warte. So. Jawohl. Okay, das erledigt sich also auch. Sollte sich zumindest erledigen, oder? Nein, das erledigt sich nicht wirklich. Okay. Also, dann haben wir noch einen. Okay, machen wir, machen wir. So. Scheiß, Dick, müsst ihr tun. Na, den holen wir uns auch noch hier, dann fährt er euch über den Haufen. Komm schon. Jawohl. Was kann ich denn denn da nix antun? Okay, was jetzt? Was jetzt? Da den Sniper hier noch? Nee. Okay, okay, okay. Ja, ich bin da dabei. Ich bin da dabei. Ich suche hier die ganze Zeit, was ich machen kann. Okay, dann werden wir auch hier schnappen. So, schon, der ist tot. So, von dem werden wir noch mal Besitzer greifen hier. Sehr schön. Oh, holy fuck. Sehr schön, ich will den jetzt. Sehr nice. Wo ist denn der fucking Hilde, der die ganze Zeit hier rumschwirrt? Da. Nee, warte mal, was war denn das? Okay, jetzt habe ich einfach mal das nicht draus gemacht. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich bin da... Oh, shit, die kommen ja, die kommen ja. Oh, oh, wie denn? Wie denn? Womit? Okay, warte, ich mache schon, ich mache schon. Okay, warte mal, kann ich denn noch irgendwas machen hier? Ah, ich kann den Heli-Fahrer... So, her da bitte. Den Heli-Piloten kann man auch noch steuern. Sehr schön. Also, dann steuere ich die jetzt mal hier. Okay, sehr schön. So, dann runter mit dir. Am besten irgendwo in die anderen hinein. Ah, schade. Hätte ich noch ein paar mitnehmen können. Habe ich das? Ja, ich glaube, ich habe ein paar mitgenommen. Ja, habe ich. Tell them to leave me the fuck alone. Because next time... I'll kill everyone. Come on, Aiden. Ich denke, sie bekommen die Message. Mein imaginärer Freund. Ja, so heißt jetzt die nächste... Ja, Mission kann man nicht sagen. Der nächste Abschnitt. Unfassbar. Haben wir jetzt auch noch als Trophäe bekommen. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir wieder ein Kind. Ja, jetzt sind wir wieder ein Kind. Hey, honey. You can't spend the whole day looking out the window. Aber was denn? Was sollen wir denn tun? Okay, wir sollen also irgendwas finden, womit wir spielen. Es ist Weihnachten. Ja, bald ist auch wirklich Weihnachten. Okay. Kann ich da nicht so rüber? Jawohl, gar nicht. Was soll ich denn tun? Ich will die Kekse haben. Kann ich einen Kekse haben? Es ist fast Dinnertzeit, Schüttemberg. Wenn du einen Kekse hast, dann will ich deinen Kekse haben. Sie will einen Keks. Sie kriegt einen Keks. Sie will eine Kekse haben. Was sind die Keks? Ah, sie tut so, als ob nichts wäre, oder was? Die Kleine will einen Keks! Dann soll sie auch einen Keks kriegen! Hm, dann halt nicht. Gut. Was können wir denn hier sonst noch machen? Einen Stuhl setzen. Und aus dem Fenster gucken. Sehr spannend. Na gut. Hm. Okay. Das ist also nur dunkel. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Gehen wir mal in unser Zimmer. Ist das jetzt rechts oder links? Schauen wir mal. Ah, hier ist das Bad. Okay. Ja, komm. Geh hin da. Geh hin da! Ja, geh jetzt hin da! Oh, fuck! Was war denn das? Ach du Scheiße. Das war jetzt aber nicht nett. Das war jetzt aber nicht nett. Das war jetzt. Ich bin da. Ja. Entschuldigung. Ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Okie dokie, wir gehen in mein Auto. Ich liebe dein Auto. Ja, ich habe es selbst chosen. Und es geht wirklich, wirklich schnell. Wir sind hier, wir gehen hier. Wie eine schöne Haus du hast. Ja, ich liebe es sehr. Mein Vater hat es mir für mein Geburtstag. Würdest du etwas Zucker in deinem Tea Fairy Blossom? Oh nein, danke. Und wie ist dein Vater? Er ist gut, er arbeitet. Warum bist du so süß? Stopp das, Aiden. Ich habe dir gesagt, ich wollte nicht mehr mit dir spielen. Ja, ich will nicht mehr mit Aiden spielen, wie es ausschaut. Woher weiß sie überhaupt, dass er Aiden heißt? Oder hat sie ihn einfach irgendeinen Namen gegeben? Die Kleine hat sie ihn einfach mal so Aiden genannt? Oder hat er gesagt, wie er heißt? Das ist jetzt eben die Frage. Wo sie ist denn? Eine Flasche Öl aus der Garage. Okay. Gut, machen wir. Wenn ich wüsste, wo die Garage ist. Ich glaube, warte mal da, wo ich davor drin war. Kann das die Garage gewesen sein? Hier? Ja. Ist aber ganz schön... Oh, sieht so aus, als ob uns irgendwas beobachtet hier. Ist ganz schön düster hier drin in der Garage. Okay. Oh, fuck. Ist das bewegter Scheiß? Nee, oder? Boah, da kriegst du ja eigentlich... Boah, da kriegst du ja Schiss. Schau dir das mal an, ey. Heilige Scheiße. Olivenöl. Okay. Wir haben's. Oh, es wird kalt. Also ist da... Oh, wenn's kalt wird, ist da irgendwas. Oh, oh. So. Oh, Scheiße. Schon gut, schon gut, Kleine. Es passiert nichts. Oh, weh. Die Tür geht jetzt zu. Die Tür geht langsam zu. Die Tür geht langsam zu, oder? Nee. Tut sie nicht. Okay. Boah. Das war jetzt aber ganz schön creepy. So, er hat's zu leave mir, Mama. Thanks, sweetheart. Was ist die was nächste, Ma? Come on, honey. I gotta get dinner ready. Hey. What's going on? Nothing, I just wanted... Just wanted a hug. Hat sie keinen Vater? Ich kann jetzt wieder mit Aiden. Okay. Geh mir raus. So, komm. Mantel. Jetzt muss ich einen Mantel finden. Wo zum fucking Teufel ist mein Mantel? Ich schätze mal irgendwo beim Eingang gleich. Okay. Schuhe habe ich auch keine an. Kannst auch nicht so rausgehen. So, hier. Schuhe und Mantel. Sehr schön. Ah, so kann man raus. Sehr cool. Sehr schön. Sehr schön. Hm. Komm, spiel mit dem Ball ein bisschen. Hm, schaukeln könnten wir. Ja, komm, schaukeln wieder runter. Schaukeln, kleine. Schaukeln, komm. Hier. Ja, jetzt mach du, blöde Kuh. Schaukel jetzt. Ah! Ja, gehst du jetzt hin da? Jawohl. Dreckskind, du blödes. Okay. Kannst du selber nix, oder was? Hab doch. Oh, die kann man durch sie durchhauen. Okay. Na, rutschen wir mal runter hier. Ja, komm. Wow. Was für ein dieser Spaß. Warte mal, da sind doch Kinder. Was machen denn die? Was machen denn die da? Was machen denn die da? Hey, hörst du das? Ich kam von der Straße. Komm mal, idiots. Attacke mich! Hm-hm. Hm-hm. Ich weiß, dass wir nicht so sein können. Komm mal, wir spielen für fünf Minuten und zurückkommen. Mom wird niemals wissen. Hm-hm. Mhm. Okay. 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 Ich hab's dir ja schwer aufgerufen. Ich hab' mir gedacht, dass Schneeballwerfen irgendwie Spaß macht. Ah, hab ich auch getroffen hier. Komm, komm, komm. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Komm, komm her. Nein, mich trifft ihr nicht. Mich trifft keiner. So, hier, komm. In your face. Ha, in your face. Hör auf, du Schwein. Did you see that? She nearly killed me. You know what she did to me? She's a witch. A dirty, rotten witch. What's going on here? She's a witch. I'm telling you. Jodie Holmes is a witch. Come on. Come on, let's go. Come on. Get in the house. What happened? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard. I saw the other kids playing. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Now look. I didn't do anything. I didn't do anything. He was trying to defend me. He thought... I'm sick and tired of your stories. Jodie, this time you're really gonna get it. Not now. Go to your room. Now! Boah, was ist das für ein Arschloch, Leute? Okay, wir machen den kleinen kurzen Cut und sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und dann! Und dann ist das für ein Arschloch. Vielen Dank.